Nach circa acht bis zehn Tagen sind die Tomatensamen gekeimt. So, was mache ich jetzt? Ich lasse sie noch zwei, drei Tage in der Schale drin oder in den Töpfen drin und pekiere dann. Pekieren heißt im Prinzip vereinzeln in größere Gefäße, Topfen oder Pflanzen. Jetzt muss ich aber hierbei auch bedenken, dass ich eine Aussaat- und Pekiererde nehme. Also wiederum keine Erde, die so stark gedüngt ist, weil die jungen Keimlinge, die jungen Pflanzen, haben noch nicht dementsprechend die Wurzeln, damit sie so viel mit so viel Dünger im Boden fertig werden können. Wie pekiere ich? Ich pekiere bis zu den Keimblättern. So tief stecke ich die Pflanzen in den Boden und drücke sie leicht an. Anschließend angießen und wieder hell wegstellen. Hell heißt nicht direktes Sonnenlicht, sondern hell. Bis zum nächsten Mal.